Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3614. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Diese Blätter geben keine Auskunft über die Spezifikation des Gerätes. Gibt es andere Unterlagen? Diese Blätter geben keine Auskunft über die Spezifikation des Gerätes. Gibt es andere Unterlagen? Diese Blätter geben keine Auskunft über die Spezifikation des Gerätes. Gibt es andere Unterlagen? Amelie zeigt etwas Interessantes, das sich rechts von ihr befindet. Wir können es nicht sehen. Amelie zeigt etwas Interessantes, das sich rechts von ihr befindet. Wir können es nicht sehen. Amelie zeigt etwas Interessantes, das sich rechts von ihr befindet. Wir können es nicht sehen. Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Kann mir jemand helfen? Ich finde mich auf der Karte nicht zurecht. Ich bestätige Ihre Reservierung. Ein Tisch für acht Personen. Morgen Abend um 20 Uhr. Ich bestätige Ihre Reservierung. Ein Tisch für acht Personen. Morgen Abend um 20 Uhr. Ich bestätige Ihre Reservierung. Ein Tisch für acht Personen. Morgen Abend um 20 Uhr. Wozu brauchst du diese Tabletten? Ich habe sie in deinem Zimmer gefunden. Ich muss mich um die Bremsen an diesem Auto kümmern. Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Hast du außer Käse und Weintrauben noch etwas anderes gekauft? Jetzt kannst du den Kuchen mitnehmen. Ich habe Puderzucker darüber gestreut. Jetzt kannst du den Kuchen mitnehmen. Ich habe Puderzucker darüber gestreut. Jetzt kannst du den Kuchen mitnehmen. Ich habe Puderzucker darüber gestreut. In Spanien besuchen wir eine Tabakplantage. In Spanien besuchen wir eine Tabakplantage. In Spanien besuchen wir eine Tabakplantage. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Ich habe eine Auswahl mitgebracht. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Ich habe eine Auswahl mitgebracht. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Ich habe eine Auswahl mitgebracht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich brauche dringend eine neue Mitarbeiterin. Ich muss länger im Krankenhaus bleiben, als zunächst gedacht. Die Ärzte wollen meinen Gesundheitszustand weiter beobachten. Gemeinsam unterstützen wir unseren Fußballverein und besuchen jedes Spiel. Wir haben die richtige Lösung für Sie. Meine Kollegin wird es Ihnen erklären. Wir haben die richtige Lösung für Sie. Meine Kollegin wird es Ihnen erklären. Wenn ich auf der Bühne stehe und singe, begeistere ich mein Publikum. Warum gehst du nicht nach Hause? Warum gehst du nicht nach Hause? Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Warum gehst du nicht nach Hause? Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Was mache ich mit dem Springseil? Welche Übungen gibt es? Was mache ich mit dem Springseil? Welche Übungen gibt es? Was mache ich mit dem Springseil? Welche Übungen gibt es? Hier ist die Marmelade. Kannst du dir dein Frühstück selbst machen, oder soll ich dir helfen? Hier ist die Marmelade. Kannst du dir dein Frühstück selbst machen, oder soll ich dir helfen? Ich fühle mich leicht wie eine Feder. Ich möchte vor Freude an die Decke springen. Meine Mutter war immer für mich da, wenn ich sie brauchte. Jetzt kann ich ihr etwas davon zurückgeben. Ich habe am Wochenende eine tolle Frau kennengelernt. Morgen sehen wir uns wieder. Ich koche sehr gerne und lasse mir immer wieder neue Gerichte einfallen. Ich koche sehr gerne und lasse mir immer wieder neue Gerichte einfallen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich koche sehr gerne. Ich koche sehr gerne. Ich koche sehr gerne. Ich koche sehr gerne. Ich koche sehr gerne.